Einer weniger. Drei weniger. Ihr wisst, wohin das führt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es Teil 2 zu Scipio, zu den Tests, die wir gemacht haben. Ein weiteres Test zu Sirius. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020